Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Zombie U! Glücklicherweise keine Zombies an und hier sind wir dann in deinem Körper gekommen, weil die waren in den Türen, ja? Verschlossen! Schnell ein Gnadenstoß, hier merken wir schon. Hier ist einiges an, hier sind einiges an Zombies. Wenn ich einiges an Zombies sage, dann meine ich auch einiges an Zombies. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Part, ich wollte es anfangen, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es ausges- äh, beendet habe. Also, dann wird es halt in diesem Part beendet, irgendwie, ja, vor allem wenn ich jetzt playe, ich fange immer an zu denken und dann beende ich meine Sätze nie. So, ich gucke mich hier währenddessen nochmal um und ich beende schon wieder meinen Satz nicht. Oder das, was ich auch sagen sollte. So, äh, ich hab, äh, ja genau, Melanie hat letztens Dead Island gespielt und irgendwie so von dem, also bei einem Livestream, genau, und da hab ich dann gesagt, dass wir, weil es ja Livestreams sollte, dann folgen uns auf Facebook, wenn wir einen machen. Dann schreiben wir es auch für euch. So, ich find hier so, sonst nix. So, Licht wieder an. Ja, jedenfalls, äh, wenn man das so vergleicht, also so von der Optik wirkt ZombiU ja wie ein etwas dunkleres, ähm, Dead Island. Wow, da fallen aber immer viele runter. Müssen wir das so gerade lösen? Weil, ja, wenn ich zu weit nach hinten laufe, falle ich ja runter. Was sehr unpraktisch sein kann. Jetzt stirbt endlich! Geht doch! Puh. Erledigt. Leider muss ich schon wieder einen Medikit benutzen. Leider. So, da unten kommt auch noch einer hoch, auf den warten wir, oder auf sie. Ist das ein sie? Sieht aus wie eine sie. Verdammt, warum fallen die immer alle runter? Das muss ich doch noch erwarten. Nachher kriegt die uns noch nach, oder so. Warten wir einfach mal. Ja, äh, wirkt, äh, genau, es wirkt ja erstmal so, vom ersten Blick würde man sagen, ja, das ist halt so ein etwas dunkleres und mit ein bisschen schlechterer Grafik von Dead Island. Wo ist die jetzt hin? Ist die tot? Nein, da bewegt sich was. Ich hab's jetzt markiert. Die ist da unten. Ich geh einfach mal da runter, um sie ein bisschen herzulocken. Weil ich hab' wirklich Angst, dass sie uns nachher verfolgt. Gut, hat sie jetzt so gar keine Lust zu. Schauen wir mal. Ah, jetzt kommt sie hoch. Nein, doch nicht. Wo ist denn jetzt hingegangen? Na, egal. Äh, dann krieg ich doch hier durch. Wenn's ihr egal ist, ob wir sie töten, dann ist es uns auch egal. Richtig, richtig, Leute. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Haben glücklicherweise nur die eine. Ich mach mal das Licht aus, damit uns hier kein Zombie bemerkt. Ich weiß nicht. Hier warten ein paar Zombies auf uns. Die ich auch mal alle versuche zu markieren. So gut es geht. Na, ich markiere mir ja auch mal. Hier haben wir einmal Karabinermunition. Wir stehen auf einem Zombie, der auch was hat. Und, ja, gut. Sie kommt da so nicht wirklich durch. Der hat, äh, Leuchtraketen. Ja, die brauchen wir ja gerade total. So, jetzt kommen wir hier eher zum Wichtigen. Hier hinten sind nämlich Zombies, die ich natürlich erstmal hier in Ruhe erledige. Erstmal den Spucker. Jetzt bleib stehen. Ich bin so schlecht im, äh, Treffen und Zielen. Okay, ich find ich, ich bin, äh, geht doch. Fuck, das war kein Kopfschuss. Auch kein Kopfschuss. Ich weiß nicht, ob ihr sie da irgendwie fallen seht. Das war, glaub ich, ein Kopfschuss. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ihr sie fallen seht. Ich guck mich noch um. Ob ich da irgendwas hinten finde. Wow. Was war das? Was war das? War da unten? Puh. Das hat einen schon ein bisschen erschreckt. Das heißt, da ist ein Spucker runtergefallen. Na, das ist ja schön. Ich guck noch mal rein, ob ich ihn markieren kann. Nein. Denn die Spucker sind hier schon relativ, also hier an der Stelle, recht nervig. Haben mich auch so einige Tode gekostet. Gucken wir mal. Kann ich die jetzt markieren? Nö, natürlich nicht. Weil ich hab dann einfach versucht, die zu ignorieren, die hier unten sind. Auch wenn ich grad keinen sehe. Ich mach einfach mal Licht aus. Jetzt mach ich wieder Licht an. Oh. Hier an der Seite. Scheiße. Ah, jetzt hab ich sie runtergeschmissen. Hier rüber. Ich muss hier balancieren. Dann sehr vorsichtig müssen wir laufen. So. Hier ist nix. Da ist nix. Da war ich schon sehr froh, das geschafft zu haben. Das letzte Mal. Und hier auch wieder. Das ist nämlich schon eine sehr heikle und schwierige Stelle. Die man nicht ohne Probleme schaffen kann. Ah, hier hinten. Shit. Genau, so muss man das machen. Das endet sonst nicht so gut, aber so endet das in einem hübschen Feuerwerk. So, jetzt erstmal hier richtig schubsen. Geht doch. Klappt ja sonst nicht immer alles, aber heute klappt's mal ganz gut. Habt ihr auch Glück, dass es so gut klappt? Mir gerade, keine Ahnung mehr, äh, mir gerade nix mehr einfällt, was ich sagen soll. Deswegen ich nur so komische Sachen sage. Ich muss mal kurz jetzt mein Inventar, äh, verwalten. So, das Ei, die eine Karabinermunition werfe ich weg. Damit ich hier, nehm ich jetzt... Ah. Ja, kein Wunder, dass das nicht klappt. Kein Wunder, dass das nicht geklappt hat. Ähm. Es hat nämlich einfach... Kein Platz in meinem Inventar gegeben. Ja, genau, hier. Habt ihr ja noch gesehen, das war nämlich dieser eine Zombie, der da vorbeigegangen ist. Hier ist nämlich die, äh, wenn wir hier aufmachen, ist diese eine verschlossene Tür, die ich euch gezeigt habe. Äh, das seht ihr natürlich super hier auf der Karte. Und hier haben wir halt durchgeguckt, da haben wir einen Zombie gesehen. Das war nämlich diese andere Tür da, wo dieser Explosionszombie drin war. So, da drin finden wir nichts und... Wir müssen hier auffälligerweise die Leiter hoch. Was irgendwie verdammt schnell plötzlich ging. Hm, na gucken. Es ist schon komisch, dass eine Zwischensequenz kommt. Schmeiß den Idioten in den Käfig, Tim. Die Show muss weitergehen. Ja, ich wusste doch, dass es eine Falle war. Ja, der Bob ist irgendwo da hinten. Wir sehen hier, das ist diese... ...berühmte Arena, die ich schon öfters mal erwähnt habe. So, hier schnell eine Pistole genommen. Und hier haben wir jetzt kugelsichere Zombies. Fuck. Ja, okay. Das wird mit der Arena jetzt mal ein richtiger Spaß, wenn ich schon so zu doof zum Schießen bin. Die ist nämlich wirklich gar nicht so einfach. Ja, ob das was wird, ich glaube, hier werden wir noch einen weiteren Tod sehen. Bin ich mir so ziemlich sicher, weil ich habe jetzt natürlich auch überhaupt kein Leben zur Auswahl. Und ob das jetzt noch echt was wird. Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht so sicher. Ne, jetzt können wir uns hier drinnen erstmal verstecken. Wir haben immer noch überall die ange... ...die haben immer noch die ganzen markierten Dinger. Leider habe ich jetzt wirklich Zombies, die ich mit einem Schuss hätte erledigen können, eben nicht mit einem Schuss erledigt. Oh, wenigstens habe ich ein Medikit gefunden. Jetzt haben wir nur noch das eine Teil hier. Wo wir dann mal gucken sollten, den Zombie da ein bisschen hinschießen, äh schmeißen. Ja. Das hat jetzt... Das hat es ja mal voll gebracht. Doof nur, dass ich nicht treten kann. Aber mein Problem ist ja auch, ich habe keinen Paddel. Und... Ja, genau, das Einzige, was wir können... Was natürlich bei mir, bei meinen Schützenfähigkeiten so gut funktioniert. Toll, ich habe jetzt drei Schuss. Ja, die unmenschlichen Bomben. Helfen mir aber glücklicherweise. Leider habe ich trotzdem jetzt sehr wenig Munition. Da wieder ein bisschen. Da kommt noch einer. Ich muss jetzt alle schön sammeln. Was ich jetzt mal mit dieser Leuchtrakete mache. Sammelt euch alle schön da. So, jetzt muss ich in Ruhe schießen können. Bämst! Ich glaube, da sind Glückwünsche angebracht. Hier, ich öffne dir das Tor, damit du gissen kannst. Ja, als würden wir einfach so gehen. Ein echter Londoner Bus. Nicht so ein Gelenkbus-Schrott. Und umdrein noch ein paar Kugeln, weil du es wert bist. Ach, danke, danke. Oh, wer hätte das nur gedacht. So, hier lege ich schon mal eine Miene. Ja, das Wortspiel sagt uns eigentlich schon alles. Und eigentlich sollten hier hinten noch ein paar mehr Minen liegen. Irgendwo. Ich weiß nur nicht mehr, wo. Was natürlich jetzt irgendwie doof ist. Irgendwo hier hinten war das. Wir haben auch, glaube ich, nicht mehr vom Part her so viel Zeit. Irgendwo hier hinten. Ich meine, da kommt ich irgendwie hoch. Na, da kommen sie schon wieder. Ah ja, ich kann aber auf jeden Fall hier hochklettern. Und hier oben finden wir auch noch ein paar Sachen. Wie beispielsweise zwei Minen. Und ein bisschen Munition. Habe ich ihn einfach vom Bus runterschubsen kann? Bringt das was? Bringt das was? Ich weiß nicht. Jetzt werde ich hier gerade abgelenkt. Was unschön ist. So, ich habe zwei Minen. Die muss ich jetzt irgendwie klug legen. Wie hier eine. Wo ich aber leider bloß die eine erledigen kann. Ha. Doof. Und ich weiß, hier kommen noch, glaube ich, ein paar mehr. So, ich muss versuchen, ihm das Teil vom Kopf zu schießen. Und nicht die ganze Zeit daneben zu schießen. Super. Weil, hätte ich nicht die ganze Zeit daneben geschossen. Dann hätte ich jetzt noch mehr Munition. Vor allem, weil ich diese eine Stelle da nicht mehr finde, wo ich irgendwie hochklettern konnte. Da, ich glaube, die macht erst noch später auf. Doch, hier kann ich irgendwie raufklettern. Ha. Ah, hier ist noch ein bisschen Munition. Da muss ich halt gucken, was man so alles findet. So, ich schubse ihn erst mal. Bäm. Schubse ihn noch mal in Ruhe. Einfach damit ich was erzielen kann. So lange hat keiner mehr durchgehalten seit, ähm... Seit zwei Tagen, oder? Schon zu lange? Wow. Wollt ihr unserem reizenden Wettkämpfen noch einmal gönnen? Ja. So, hier kommen jetzt noch mal einige Zombies. Und leider ist der eine zu schnell für uns. Okay. Deswegen, dass auch mal wieder nicht so schön mit den Minen geklappt hat. Ach, warum sind die alle mal so unterschiedlich schnell? Aber ich bin gerade schon froh, wie ich das hier gut schaffe. Wow. Das war jetzt irgendwie unschön. Hier haben wir noch eine Miene. Ja, und da raufklettern. Bräuchte ich jetzt nicht. So, ähm... Ich werfe nach dort hinten mal ein Leuchtfeuer. Dann ignorieren die mich ja eine Weile. Und jetzt lege ich einfach mal hier eine Miene hin. Okay, das Leuchtfeuer habe ich jetzt echt doof gelegt. Aber vielleicht schaffen die beiden das ja hier, äh... Richtig zu laufen. Zeit für den echten Spaß. Klar? Drück den Fun-Button. Oder du bekommst deinen Bob nie zurück. Du scheiße, Boris. Einer hat's geschafft. Dann hat unser Sieger eine Besornung verdient. Einen schnellen, schmerzlosen Tod. Los, Tim. Ah, scheiße. Von wo wurde ich jetzt angegriffen? Was geht da ab, oder? Was ist das für Kachbrauch? Boris, ich kette mich! So, hier schnell rein. Noch mal ein. Und den Knopf aktivieren. Dann sind wir nämlich hier erstmal sicher. Wir sehen, die Zombies... Ja, ich bin mal leiser. Hier spricht der Prepper. Hörst du mich? Keine Ahnung, wie du da lebend rausgekommen bist. Aber ich kann dir helfen, dass es so bleibt. Hinter der Tür ist ein Riesenhaufen Klamotten, aber der Ausgang liegt hinter dir. Jetzt tritt ihr mir da nicht raus. Ja. Wir haben's geschafft, aber Boris und seine Freunde... ...nicht. Für die sieht es halt nicht so gut aus. Und eine kleine Anekdote. Ich bin hier mal gestorben, weil ich die... Ja, ich bin mal erst mal hier gestorben, weil ich die Tür öffnen wollte. Und ich hab grad Schluck auf. Das wird von einem Berufssoldaten. Arme Kerl. Und ich dabei aus Versehen auf... ...Waffe hier auf Aktivieren gedrückt hab. Und hier finden wir auch unser ganzes Zeugs. Wir haben auch nebenbei einen größeren Bob gekriegt. Das heißt, jetzt muss ich erstmal wieder alles so legen, dass das für mich passt. Paddel da oder das da. Die Munition muss nichts im Inventar. Wir haben aber jetzt einen Bob XXL. Der gefällt mir. Jetzt kann ich hier sogar durchscrollen. Jetzt hab ich viel mehr Platz. Ich hab ja auch neue Waffe gekriegt. Hat... ...hat der Prepper irgendwas gesagt? Ich hab ihm mal wieder wie immer nicht zugehört. So, und eigentlich wär das jetzt ein super Part, so von der Zeit her, das hier zu beenden. Nur, dann müsste ich schon mit der letzten Mission... Uh, Spoiler. ...schon in diesem Part, äh, im nächsten Part anfangen. Deswegen... ...machen wir das doch mal ein bisschen anders. Moment. Ja. Jetzt muss ich grad hier wieder meinen Invertar richten. Ah, ich guck mal, äh, das auch noch nach da. Hier sind nämlich jetzt ganz viele Zombies am Werk. Schließt das Tor, hör auf den Knopf! Ja. Ich aktiviere den Knopf und mach hier zu. Und werde mich jetzt hoffentlich nicht umbringen. Ja, warum kommen die da gar nicht hin? Okay, ignoriert mich. Oder auch nicht. Hui, äh, ja, da stand ich verdammt nah dran. Wie gut, dass ich noch in meinem... Äh, wie gut, dass ich noch im Safehouse so viele Medipacks habe. Ach, verdammt, da kann ich jetzt gerade... Weil ich jetzt gerade den... Ja, jetzt muss ich noch mal das Teil aufmachen. Weil ich gerade den Molotow in der Hand gehalten habe, konnte ich den jetzt nicht austauschen in meinem Inventar tun. Wo ist das nun mal, Leute? So, aber wir haben hier alle erledigt. Sind wir hier erstmal sicher? Wir haben... Über die Leiter hierher kommst du auch wieder raus. Genau. Wir haben hier die, äh, an sich schwerste Stelle geschafft. Aber ich dachte, er lebt noch. Glücklicherweise nicht. So, wir gehen jetzt auch noch in diesem Part bis zum Safehouse zurück. Dann wird der Part halt mal ein bisschen länger. Habt ihr halt was zu gucken gehabt? Ups, das freut ihr jetzt gar nicht. Ansonsten ist hier wirklich nichts mehr Interessantes. Und dann im nächsten Part gehen wir schon auf die letzte Mission. Und dann war's das schon mit Zombie U. Das Spiel ist leider sehr kurz, aber... sehr genial. Also, es machen echt einige Sachen sehr, sehr richtig. Schleifern, weil man sich dann öfters doch mal erschreckt, weil man gerade auf das Gamepad achtet und dann halt die Umgebung vergisst. So, wie es natürlich auch in dem Inventar sein sollte. Es hat... Ach so, die sind da irgendwo da hinten. Und hier müsste jetzt auch noch ein Zombie aufgetaucht sein. Ja, sogar einer unserer Lieblings rotleuchtenden Rot-Rot-Zombies. Ich nenne sie immer Rot-Rot-Zombies. Wenn ich einfach mal so Bock habe. Ich habe gerade Angst, auf die Karte zu gucken, weil ich irgendwas biepen höre. Habe ich wirklich Angst? Nachher passiert mir noch was. Aber... Nein, nein. Nein, mir passiert doch nichts. Mir doch nicht. Was ist das jetzt? Das war's. Gut, und die hat sogar noch eine Aufwertung dabei. Yay! Und jetzt dürfen wir den ganzen Weg, den wir im letzten Part gegangen sind, wieder zurückgehen. Aber diesmal halt mit... halt aus weniger Zombies. Das geht auch dann relativ schnell. Ich muss es wissen. Ich bin hier irgendwie 600, 700 Mal entlang gelaufen. Ja, ihr seht schon. 600, 700 Mal und ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich weitergehen muss. Okay. An der Stelle sehe ich über sich das Loch eigentlich durchgehend. Das ist echt immer so. Aber hier sollte jetzt eigentlich auch kein Zombie mehr auf uns lauern. Nichtsdestotrotz haue ich den mal. Ist da drinne ein Zombie? Nein, da ist ein Zombie. Aber was ist das da drinne, was markiert ist? Das gucke ich mir jetzt doch nochmal genauer an. Mann, wir lernen ja sogar noch ganz viele spannende Sachen in diesem Part. Wir haben irgendwelche komischen Bugs und sowas. Und warum bin ich nicht online? Das werden wir dann im nächsten Part herausfinden, weil ich glaube, ich mache jetzt gleich erstmal eine kurze Pause. Ach so, ist eine Ratte, die da festhängt. Ah ja. Hängt halt eine Ratte fest. Ja, ich glaube aber nicht mehr, dass wir jetzt noch in die Katakomben gehen. Wobei ja doch, das könnten die Katakomben sein. Nee, Moment, wir waren da gerade in den Katakomben. Aber wir haben es geschafft. Und der Prepper wird uns gleich bestimmt wieder so einen Vortrag halten. Ich hab's dir ja gesagt. Es war eine Falle. Danke, Admiral Akbar. Wenn ich jetzt mir da gerade so angucke. Hm. Nachher hätte es dann doch noch gereicht, dass wir den Part doch nicht hätten länger machen müssen. Okay, ich weiß, ich könnte da dritten drin steigen, aber hab ich ja auch keinen Bock zu. Weil ich gerne immer am Anfang eine Begrüßung und eine Verabschiedung habe am Ende. Du enttäuschst mich. Ich dachte, wir wären Partner. Prepper, out. Was ist denn jetzt los, Prepper? What the fuck ist los? Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Ich hab gerade aber irgendwie so das miese Gefühl, dass jetzt im Safehouse ein paar Zombies sind. Oh. Da habe ich mich, glaube ich, sogar noch richtig erinnert. Oder das sind Ratten? Ich glaube aber eher noch Zombies. Die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Äh. Okay, wir waren Ratten. Und irgendeinen anderen, weil das sind ja meistens immer nur andere Leute im Safehouse, die dann bei der zweiten Mission oder am Ende sterben. Okay, ich hab schon wieder gespoilert, sorry. Die meistens bei der zweiten Mission sterben. Aber da ich ja gerade selbstverständlich nicht online bin. Du musst online sein. Ja, warum bin ich nicht online? Das weiß ich gerade echt nicht. Wii U, sage mir, warum ich nicht online bin. Naja, jedenfalls, diese tauchen hier dann meistens auf, ja. Neue Informationen, checke die CCTV-Monitore. Aktivieren. In Victoria Memorial, im Buckingham Palace habe ich noch keine CCTV gefunden. Tower of London habe ich alles. Bitterfields, Baconfields wird mir auch noch, was? Hm. Wahrscheinlich im Kindergarten. Ach, keine Ahnung. Muss ich mich irgendwann mal drum kümmern. Brauche ich den U-Player-Volg überhaupt? Ich gucke noch mal kurz, ob ich jetzt hier alles richtig gemacht habe. Jetzt müsste mir eigentlich... Die nächsten Missionen, die ihr alle nicht seht. Bringe die Briefe von D zu Dr. Knight. Genau, das müssen wir machen. Aber, äh, wir beenden erstmal hier den Part. Das war schon lang genug. Also wie immer, abonniert unseren Kanal. Drückt auf Gefällt mir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bis dann.